Mein Name ist Sabine Fries und ich heiße Sie, ich heiße Dich, herzlich willkommen auf meiner Seite. Themen und Fragestellungen, die mich bewegen und zu denen ich Menschen begleite, sind unter anderem Do more of what makes you happy. What is your why? Was ist der Sinn deines Handelns, deines Tuns, deines Lebens? How is your balance? Mindful or mindful? Und new work reinventing organizations. Wenn diese Themen für Dich ebenso interessant sind, für Sie, für Ihre Organisation, dann sollten wir uns kennenlernen. Fragen, die ich meinen Kunden gerne stelle, sind zum Beispiel, sind Ihre Mitarbeiter von der Komplexität, von der Geschwindigkeit, von der Digitalisierung, Agilität, von den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gestresst und überfordert? Hat Ihr Unternehmen eine hohe Ausfallquote? Mit glücklichen und zufriedenen Mitarbeitern können Sie nicht nur Ihren Krankenstand senken, sondern auch Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit und Ihren Umsatz steigern. Wünschen Sie sich produktive Mitarbeiter, die Ihre Stärken kennen und diese auch einbringen, die eigenverantwortlich, selbstorganisiert, verantwortungsbewusst handeln und auch den Sinn Ihres Tuns kennen. Fördert Ihr Unternehmen einen wertschätzenden Umgang miteinander, eine offene, transparente Kommunikation? Was ist Ihr Beitrag? Die Sinnfrage. Welchen Beitrag leistet Ihr Unternehmen zu einem größeren Ganzen? Ist Ihr Unternehmen mitten im Kulturwandel und möchte sich diesen Transformationsprozessen stellen, die die heutige Arbeitswelt mit sich bringt? Zehn Jahre als Trainerin, als Coach, als Kursleiterin und Organisationsberaterin mit den Schwerpunkten Mindfulness, Achtsamkeit haben mich ebenso wie mein persönlicher Weg zu einer echten Expertin in diesen Themen werden lassen. Ich verstehe mich für Sie als Impulsgeberin, als Sinnstifterin, Bewusstseinsentwicklerin, als Vermittlerin in schwierigen Gesprächen und auch als Begleiterin in transformatorischen Prozessen. Es geht um den Umgang mit Veränderung, um Transformation, Dein Leben verändern, den Arbeitsplatz, die Organisation. Es geht um Dich selbst, surfen lernen mit all dem, was uns tagtäglich begegnet. Achtsam, glücklich, in Balance. Für den Bereich Mindfulness habe ich dazu mit einer Kollegin ein Buch geschrieben, Achtsamkeit im Job. Mit der Mission Mindfulness und Happiness unterstütze ich Sie, unterstütze ich Dich, zusammen mit meinen Kollegen und meinem Netzwerk, sowohl in Trainings als auch in Blended Learning Programmen, in Coachings, in Retreats und als Organisationsberaterin im Kulturwandel. Ich freue mich auf unser Kennenlernen. und glaube, es geht um jedes désignaschen. Und ich freue mich auf jeden Fall.